Hallo, die Pro-Office Einführung in Writer. Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Text. Das Ausschneiden und Kopieren von Text in Writer funktioniert ähnlich wie in anderen Programmen. Sie können die Maus oder die Tastatur dafür verwenden. Sie können Text innerhalb eines Dokuments oder zwischen mehreren Dokumenten kopieren oder bewegen, indem Sie ihn ziehen, durch Menüauswahl und Tastenkombination kopieren oder verschieben. Sie können auch Text von anderen Quellen, etwa Internetseiten, kopieren und in Ihr Writer-Dokument einfügen. Text markieren, kopieren und einfügen. Um einen ausgewählten Text mit der Maus zu bewegen, ausschneiden und einfügen, ziehen Sie den Text an die neue Stelle und lassen Sie ihn los. Text markieren und an die neue Stelle ziehen. Um einen ausgewählten Text zu kopieren, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie ihn ziehen. Text markieren, STRG-Taste drücken und an die neue Stelle ziehen. Der Text behält die gleiche Formatierung wie vor dem Verschieben oder Kopieren. Wenn Sie Text einfügen, hängt das Resultat von der Quelle ab und wie Sie ihn eingefügt haben. Wenn Sie auf das Symbol einfügen, klicken oder STRG-V drücken, behält der Text die Formatierung bei wie Fett oder Kursiv. Text, den Sie von Internetseiten oder anderen Quellen einfügen, enthält eventuell auch Frames oder Tabellen. Wenn Ihnen das Ergebnis nicht gefällt, klicken Sie auf das Symbol rückgängig oder drücken Sie STRG-Z. Um den einzufügenden Text an den umliegenden Text anzupassen, wählen Sie Bearbeiten, Inhalte einfügen oder drücken Sie STRG-Umschalt-Taste V. Dann wählen Sie unformatierten Text in dem Dialog. Alternativ können Sie wie folgt vorgehen. Klicken Sie auf das Dreiecksymbol rechts neben dem Symbol Einfügen und wählen Sie Unformatierter Text. Oder klicken Sie etwas länger auf das Einfügen-Symbol, ohne die linke Maustaste loszulassen und wählen Sie dann Unformatierter Text. Die Auswahlmöglichkeiten des Dialogs oder Menüs Inhalt einfügen variieren, je nach Herkunft und Formatierung des Textes oder einem anderen Objekt, den Sie einfügen. Tschau und viel Glück!